Hey Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Es ist ein ganz kurzes Video, denn ich möchte euch nur ganz kurz etwas zeigen. Und zwar hat Mihoyo ein Koop-Event angekündigt und zwar für morgen schon. Das Ganze wird eine Woche gehen, nennt sich Elementarofen und ist für Spieler ab Abenteuerrang 20 möglich. Und wir müssen aber in der Main Story einen gewissen Progress geschafft haben. Und zwar müssen wir Akt 2 des Prologs für ein Morgen ohne Tränen geschafft haben, sonst können wir nicht an dem Event teilnehmen. Und ich habe heute auf jeden Fall ein Ziel und zwar muss ich genau das schaffen, denn ich will unbedingt an diesem Event teilnehmen. Erstens, endlich ist es Koop. Zweitens, wir werden ordentlich Erfahrungspunkte kriegen. Wichtiges oder halt allgemein Belohnungen. Wir brauchen unser Harz dafür. Also es ist eine weitere Alternative, um unser Harz zu verbrauchen. Wir bekommen dort sehr viele Erfahrungspunkt-Schriftrollen für unsere Charaktere, die halt besser sein sollen als die Blüten, die wir spielen können. Also wäre das ein besserer Harz-Invest. Und was halt auch noch wichtig ist, die Schätze richten sich nach der eigenen Weltstufe eines Spielers. Denn wenn ihr halt jemanden joint, der halt nur Weltrangstufe 1 ist, ihr seid aber schon auf Rangstufe 3, dann würdet ihr theoretisch ja schlechtere Belohnungen bekommen, nur weil ihr einen Weltrang 1 gejoint seid. Aber nein, so ist es nicht. Ihr bekommt alles passend oder halt angepasst auf euer Weltenrang. Also das ist gut zu wissen. Es wird ein Alchemie-Buch geben, denn die Quest bekommen wir von Timaeus. Das ist der Alchemist in Mondstadt. Und es wird sowas ähnliches geben wie die Exkursionen, sowas wie ein Heft. Und dort sind verschiedene Achievements. Das heißt, wir müssen das Event öfter spielen, um diese Achievements zu schaffen. Und dann bekommen wir nochmal einen Haufen Belohnungen, unter anderem auch Urgestein. Das heißt, wir wollen es auf jeden Fall komplett clearen. Und das Gute ist, für dieses Alchemie-Buch müssen wir kein Harz aufwenden, um die Sachen da drin zu schaffen. Also Harz benutzen wir, um die Belohnungen aus dem Event zu bekommen. Aber wenn wir das Event trotzdem immer weiter und weiter und weiter spielen, auch ohne Harz dann zu verwenden, um an die Belohnungen zu kommen, können wir trotzdem das Alchemie-Buch kompleten. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Auch wenn es natürlich schade ist, dass wir nicht jedes Mal belohnt werden, dass wir das Event spielen in Form von Drops. Wenn wir halt kein Harz haben, das ist schade. Aber gut, irgendeinen Hang gibt es ja immer. Also von daher, seid vorbereitet für morgen. Ja, stellt sicher, dass ihr die Story soweit gespielt habt, damit wir eine Woche lang das Event vernünftig nutzen können, um halt auch die Belohnungen aus diesem Alchemie-Buch zu bekommen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß im Koop. Endlich haben wir ein Ziel. Und ich finde es gut, dass wir uns ein Event geben, jetzt wo sehr viele, ja, wo die Stimmung nicht so gut ist, weil Patch 1.1 halt erst in einem Monat kommt. Und haben wir zumindest jetzt in der Form ein Event, was wir halt, ja, spielen können. Es ist neuer Content, muss man einfach so sagen. Und es geht eine Woche. Von daher, ich hoffe, dass die uns jede Woche so ein Event geben, in irgendeiner Art und Weise, damit wir was zu tun haben. Das wäre wirklich cool, aber lassen wir uns einfach überraschen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.